Ich schätze in Marienau besonders die Umgebung und das Gelände hier und die Atmosphäre auf dem Gelände. Also ich finde es gut, dass die Klassen hier wirklich echt klein sind und dadurch ist der Unterricht noch wesentlich entspannter. Und ich habe mich über die Jahre auch immer mehr getraut zu sagen im Unterricht und dadurch sind meine Noten auch immer ein bisschen besser geworden. In Marienau habe ich sehr viele neue Sportarten ausprobiert, zum Beispiel Golfen, Boxen, Karate, Tischtennis und Fußball. Ich wohne auf einem Doppelzimmer, wir haben einen entspannten Gangvater, der auch unser Tischgruppenleiter ist. Arbeiten in Marienau, in Marienau wird es nie langweilig. Man kennt sich untereinander und ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit kopieren. Man muss mich nirgends anstecken. Marienau ist für mich wie ein zweites Zuhause, ich fühle mich wieder sehr wohl und ich habe mich hier sehr schnell eingelebt. Jetzt ist es die Rolle der Schulleiterin, das Ganze rund zu machen. Ich bin Heike Els und ich arbeite seit zwölf Jahren als Schulleiterin in Marienau und ich lebe auch hier auf dem Gelände. Ein gutes Internat besuchen zu können ist ein unglaubliches Privileg. Und es ist deshalb so ein Privileg, weil es viele Möglichkeiten eröffnet. Es eröffnet die Möglichkeit mit Freunden zu leben und zu lernen. Es eröffnet die Möglichkeit in einer internationalen Gemeinschaft andere Kulturen kennenzulernen und ein weltweites Netzwerk von Freundschaften spannen zu können, das natürlich weit über die Schulzeit hinaus trägt. Es eröffnet auch die Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten auszubilden. Sport, Musik, Theater, Kunst. Und vor allem es eröffnet die Möglichkeit Leistung zu erbringen, ohne dass ihr Druck erlebt, sondern ihr erfahrt Unterstützung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dieses Privileg zu erhalten, nutzt sie. Und ich würde mich sehr freuen, euch hier in Marienau unsere Gemeinschaft und das Konzept vorstellen zu können.